der sack hat eine heimkinoanlage geil sogar 3d effekte ich weiß es und ich werde es total bereuen dass ich es jetzt mache ich kann mir ich kann mir so viel ananas pizza wirst du jetzt die ernsthaft das okay dann hier darüber kannst du dann das ist interessant aber das ist immer noch das war schon auch so was reicht der einjäger nicht mehr muss jetzt an zwei gehen jetzt greifen die auf mich über die welt kuscheln das tut mir leid du ermutigst sie und dann gehen sie dann gehen sie jetzt an mich hallo warte 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 hast du zufällig meinen stream offen was habe ich ja hast du zufällig meinen stream offen ja guck dir mal an wie du den bogen hältst ich glaube du machst einen leichten technischen fehler ja jetzt kann mir nur meine meine ich habe es schon so gesehen das wirkt ein bisschen anders euch nicht ich habe gerade ein raid und damit meine ich dass die bürger streiken kavalierschule auf jeden fall die kavalierschule entschuldigen sie werter fein dürfte ich ihnen bitte mein ball ins gesicht schlagen während sie so freundlich mal kurz still zu halten die Kavalierschule 20 Stahlträger, das Bordell wird jetzt gebaut also das ist nicht verwirrt sein, das ist das Rathaus aber hier wird der Bürger so richtig gefickt ach so, ach das war bei Anno du meinst jetzt bei Anno, also nicht du, ich meine Steffi Steffi, du verwechselst gerade Anno hier mit Age of Empires ja ähnlich, man sieht auch von oben drauf ja, es passiert oft, dass Leute Diablo und Anno verwechseln weil man schaut oben drauf was ist das für eine Begründung, man schaut oben drauf ich glaube es hackt man schaut oben drauf deswegen ach ach warte mal, was, Gegner Zufall was hat da gerade gestanden Gegner per Zufall zu Fall gebracht leck mich, das war Skill Gegner per Zufall zu Fall gebracht leck mich also das Spiel kann ja einen echt schon mal demotivieren hey Glückwunsch, sie haben den Gegner besiegt, aber es war bloßer Zufall hey, wir gucken mich nicht so an, das war Skill oder, das war Skill das sagt, dass Mitsubishi immer noch älter ist und du ein Jungspund ich werde gerade fast am Haribo erstickt weil mir das vor Schreck gerade in die Luftröhre gerutscht ist also Steffi, du bringst Flo mit 5 Schreckabos um, alles klar dankeschön alles klar, Steffi bringt Flo um, ist auch gut danke Steffi ach Paul, du blöder Gaul ach, Paul, du blöder Gaul hier liegt ein Skelettern auf dem Boden oh, er hat eine Hundezeitschrift wo genau? hier ah hat die KI gerade Luftschleusen, Wichser zu uns gesagt? die wollte dich beleidigen wieso mich? keine Ahnung, weil du zuerst rum bist? worüber soll ich denn das wissen? die KI hat mich Wichser genannt und Flo, bist du bereit? ich wurde bereit geboren sehr gut also ich kam quer raus was? was? heiliges Wasser ja, da steht Sander Wasser also entweder ist es der Urin von Sander Klaus oder ist es halt wirklich heiliges Wasser oh mein Gott, ich bin zu mir gehabt ich hoffe es ist heiliges Wasser das ist ein nur beklopptes Viehzeug hier das rollt dem Jäger hinterher I'm rolling das ganze Viehzeug hier ist bekloppt das ist so ein bisschen die Rache für Dragon Ball ach komm, das eh mal richtig, richtig platt gemacht hab ist ja nicht so, dass du gut warst, aber jetzt soll ich mich aber jetzt verarschen, ne? das machst du jetzt mit der Absicht, oder? ne? eigentlich ja Moin Yoda Hi Yoda Hi Yoda Again jetzt im anderen Chat ich hasse dich Yoda hier heiliges Wasser das machst du jetzt mit der Absicht, ne? das genießt du jetzt richtig? ein bisschen ich hasse dich, ey, grad weihnachtsmann ich bin doch wieder weihnachtsmann das wird mir erwartet dafür du bist genau so bockig wie dein Vorgänger, Paul da drecks viel ah, das wird ne gute Freundschaft so, ihr Hut liegt da noch verdammter Drecksgaul ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig Thomas, ganz ruhig alles gut ich hasse dich ich hasse dich, ey